einen wunderschönen guten abend und willkommen zurück in alten rhein heute mal auf einem nachtflug unterwegs bei echtem wetter und ich glaube wir werden heute dicht um konstanz fliegen am schönen bodensee ufer entlang auf der schweizer seite und dann über die stadt konstanz und dort auf der kraspiste landen wenn man momentan im hintergrund immer wieder mal ein donner hört mit gerade ein echtes gewitter im vergleich zum simulat oder ist das wetter relativ gut noch zumindest da wir eigentlich nicht weit weg sind von da wo es ist schauen wir mal ob wir das gewitter irgendwann über uns hinweg ziehen sehen werden so dahinten ist man noch nichts schauen wir mal mal die taschenlampe an damit wir ein bisschen was sehen so maschine rennt so unser kollege wird auch schon aktiv direkt naja mal schauen die taschenlampe kann wieder ausschalten so dann lösen wir noch die bremse damit er uns auch gut schieben kann der kollege oder kollegin so dann St. Gallen Ground, Cessna Oscar Echo, Mike Alpha Tango requesting the end of pushback. Cessna Oscar Echo, Mike Alpha Tango request to end pushback received. St. Gallen Ground, Cessna Oscar Echo, Mike Alpha Tango with Quebec request taxi for takeoff departing straight out. Cessna Oscar Echo, Mike Alpha Tango taxi to end hold short of runway 28 using Taxiway Alpha. Contact tower on 135 decimal, 43 when ready. Taxiing hold short runway 28 using Taxiway Alpha, Cessna Mike Alpha Tango. Ziemlich dunkel, wirklich versehen tut man nicht. Die Lichter sind auch nicht gerade der Anbringer. Und die Tür ab, dann sieht es vielleicht ein bisschen besser. Aber die Taxiways hier sind ja nicht wirklich kompliziert. Hier gerade runter und dann sind wir schon da. So, ein bisschen schnell unterwegs für den Taxiway. ахungs Zwischen pic Military. 08.��고 29. 30. 3. Da vorne ist einer unterwegs, kurz bremsen. St Gallantower Cessna Oscar Echo, Mike Alpha Tango at runway 28 ready for takeoff straight out departure. Cessna Oscar Echo, Mike Alpha Tango cleared for takeoff runway 28 departing straight out approved. Cleared for takeoff runway 28 Cessna Mike Alpha Tango. Klappe herunter. Dann rüber auf die runway. Und dann direkt raus. Klappe herunter. Klappe herunter. Klappe herunter. Klappe herunter. Klappe herunter. Klappe herunter. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Cessna Mike Alpha Tango, you are leaving my airspace. Frequency change approved. St. Gallen Tower, Cessna Oscar Echo, Mike Alpha Tango frequency change. Zerrick approach, Cessna Oscar Echo, Mike Alpha Tango is type Cessna 150, 25 miles west of St. Gallen. Request flight following. Cessna Oscar, Cessna Oscar Echo, Mike Alpha Tango. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Schub rausnehmen, dass wir nicht zu hoch steigen. Das muss ich mal schauen, ob es mittlerweile schon ein Hotkey gibt dafür, dass man die Spielernamen ein- und ausblenden kann. Dafür nämlich jedes Mal ins Menü ist auch nicht gerade der Knaller. Das ist auch nicht gerade der Knall- und ausblenden kann. So, wir sind jetzt gerade über A-Bomb geflogen und vor uns kommt jetzt Romanshorn. Das da drüben, wo so viele Striche auch runtergehen von den einzelnen Gamertags, das könnte theoretisch Zürich sein. Das würde auch Sinn machen, dass da ein bisschen mehr los ist. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Ich bin jetzt nicht. Vielen Dank. 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 The runway for by... Vielen Dank. Vielen Dank. So... ... 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